Hallo Mensch, willkommen zu diesem Video. Ja, heute habe ich mal ein Gameplay, wo ich ein 24 zu 19 auf der Map Piccadilly erspielt habe. Und ja, ich würde sagen, direkt Film ab dafür. Ich bin jetzt mit dem Züge am Auge. So, wir verkaufen. Das musst du dir immer auf der Zunge zergehen lassen, dass er so spielt. So, for real, dass sie so spielen einfach und sich denken, ja, ich bin einfach besser. Das kann man sich nicht auf der Zunge zergehen lassen, er rast sich aus. So, das ist meine Mason-Roll. Sag mal, wie? Meine Fresse, Digga. Ach, Mann, ooooh. So. Spawn doch gerade, Junge. Einfach besser. Oh, was ist das? Oh, was ist denn? Rom! Ja, jetzt legt er sich ein! So, genau. Ah, guck mal hier! Oh, wer liegt denn hier? Oh, ja, okay, dann, okay. So, okay. So, okay. Sag mal, seid ihr wirklich so bad? Passe mich nur dem Spiel an. Besser ist das denn nicht. Perleter raus. Oh mann, oh meh, das hat man nicht gesehen, das hat man einfach nicht gesehen jetzt gerade. Ihr habt das einfach gerade übersehen, verstanden?